Wieso konnten Leute, die normalerweise überhaupt unauffällig leben, nicht Sadisten sind, es gab Sadisten, aber nicht viele in Auschwitz, wieso konnten die in einer solchen Atmosphäre am Tag täglichen Massenmord mitwirken? Die SS-Führer, auch in Auschwitz, waren relativ junge Menschen, die sehr schnell hochgekommen sind, weil sie brav waren. In der Meinung ihrer Vorgesetzten. Dann konnten sie Karriere machen, schnell Karriere machen, schnell hinaufkommen. Damals, Sie dürfen nicht vergessen, damals redet man vom tausendjährigen Reich. Tausend Jahre lang. Und da oben seien es schön. Sie haben die Kleinen befördert, wenn sie brav geprügelt haben. Sie haben ihnen Sonderurlaub gegeben, wenn sie das getan haben, was wir von ihnen erwartet haben. Das ist der böse Mechanismus gewesen. Es gibt Herrenmenschen und Untermenschen. Es gibt Menschenrassen, die sich nicht aus historischen Gründen, sondern, wie man damals sagte, vom Blut her unterscheiden in höherwertige und minderwertige. Das hat man akzeptiert. Diese Ideologie vergiftet Menschen, korrumpiert Menschen. Du bist ein Herrenmensch. Schön. Du kannst davon profitieren. Du kannst selber in einem kleinen Kreis zumindest ein kleiner Führer sein. Und diese Korruption wirkt. Ich erinnere mich zum Beispiel einmal, da war ein Zeuge geladen, Wesenmeier hieß er. Der war der bevollmächtigte Gesandte des Nazireichs in Budapest und hat zu tun gehabt mit der Vorbereitung der Deportation der ungarischen Juden nach Auschwitz, der massivsten Massenmordaktion im Frühling 1944. Wesenmeier ist als Zeuge geladen gewesen, ist gekommen in einem Maßanzug, elegant. Er war seinerzeit verurteilt von amerikanischen Gerichten, glaube ich, wurde begnadigt und die deutsche Justiz hatte keine Möglichkeit mehr, ihn irgendwie zu belangen, weil er eine Strafe gehabt hat, die Strafe zum Teil verbüßt, zum Teil durch Gnadenakt beendet hatte. Der war dort Zeuge und diejenigen, die die ungarischen Juden malträtiert haben, waren die Angeklagten. Das war ein bisschen eigenartig. Das zeigt irgendwie, man muss eines hinzufügen, Die Justiz hatte und hat für solche komplizierte, umfangreiche Verbrechen, wie sie in Auschwitz exekutiert worden sind, keine Maßstäbe. Wie soll ich einen verurteilen, der fünf umgebracht hat und wie soll ich einen verurteilen, der 500.000 zum Tod geführt hat? Und wie ist das? Soll ich Ihnen 100.000 Mal eine Strafe geben? Geht nicht. Also hier fehlen die Maßstäbe. Und das muss man der Justiz zugutehalten. Allerdings gab es manches Groteske auch. Es gab Leute, die, ich kannte Zeugen auch, die als Zeugen kamen, die sich beschwert haben, dass sie von der Presse schlecht behandelt wurde. Das gab es, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der war in der Zeit, wo er Zeuge war in Frankruf, war er schon ein hoher Funktionär da. Bei euch heißt das Bundesbahn. Früher hieß es Reichsbahn, wenn ich mich richtig erinnere. Der war Bahnhofsvorstand in Auschwitz, in der Zeit, wo Auschwitz ein Vernichtungslager war. Und er wurde als Zeuge geladen und es wurde gefragt, wie war das, also wie sind die Züge angekommen, wie sind die weggekommen, wie sind die Lehren abgeführt worden und wie sind sie gereinigt worden. Und er hat das sehr ordentlich ausgesagt und wurde in der Zeitung dann am nächsten Tag mit einer Balkenüberschrift, wurde es publik gemacht, der Fahrdienstleiter des Todes. Und er hat sich dann, er hat am nächsten Tag wieder ausgesagt, er hat sich beschwert darüber. Ihm ist gar nicht bis zum Prozess, nicht zum Bewusstsein gekommen, was er getan hat. Er hat nur ordentlich dafür gesorgt, dass die Waggons ankommen, gereinigt werden und wegfahren. Was er mit dem Vernichtungsapparat zu tun hat, ist ihm nicht zum Bewusstsein gekommen. Das ist etwas, was ans Groteske grenzen kann. Das ist ja überhaupt ein genereller Hauptaspekt. Schuldbewusstsein in dieser ganzen Frage. Haben Sie es jemals erlebt, dass einer dieser vielen Täter, mit denen Sie ja in welcher Weise auch immer, den Auschwitz, aber auch danach ja noch konfrontiert waren, in irgendeiner Weise mal gesagt hat, oh Gott, war das ein grausames Verbrechen, was wir gemacht haben, es tut mir leid. Also grausames Verbrechen, das habe ich nicht gehört. Aber ich habe schon bei Einzelnen gesehen, dass sie beobachtet, dass sie sich überwinden mussten, um dieses oder jenes zu machen. Das habe ich schon gesehen, bei Einzelnen. Schuldgefühl nachträglich. Kann man vielleicht bei denen konstatieren, die Selbstmord begangen haben. Es gab einige, die Selbstmord begangen haben, nachdem Deutschland befreit war. Kann Schuldgefühl sein, kann Angst vor der Strafe sein, und das kann man schwer beurteilen. Ich kannte im Frankfurter Auschwitz, was heißt, SS-Leute, die dort angeklagt waren, die als junge Burschen in Auschwitz waren, und die ein Argument gebraucht haben, das gar nicht so leicht vom Tisch gefegt werden kann. Einer hat einmal gesagt, was wirft man mir vor, dass ich Befehle durchgeführt habe des Führers. Ich habe die Befehle in Auschwitz bekommen, und das waren Befehle zum Töten. Sie, und er sagte es zu den Richtern, die ja auch schon erwachsen waren in der Nazizeit, haben andere Befehle bekommen, haben sie auch durchgeführt. Nur haben sie das Glück gehabt, dass sie nicht Befehle bekommen haben, Massenmorde durchzuführen. Das ist nicht so leicht, jetzt wegzuwischen und zu sagen, das stimmt nicht. Ich kannte Leute, SS-Leute, die durch Zufall nach Auschwitz gekommen sind. Einen kannte ich, Neubert, ein SS-Mann, der ist nach Auschwitz gekommen, aber dann Zug versankt hat. Er hat Urlaub gehabt und ist nicht rechtzeitig zu seiner Einheit, die damals in Krakau war, gekommen, weil er den Zug versäumt hat, den Urlaub übertritten hat oder weiß ich was. Er kam nach Krakau, seine Einheit war schon an der Ostfahnen. Er ist gegangen zum Stadtkommandanten oder wie das geheißen hat und der hat gesagt, SS-Mann, nächste Einheit ist in Auschwitz und der ist nach Auschwitz gekommen und wurde schuldig. Und wie viele sind nicht nach Auschwitz gekommen, wie hätten sie sich benommen, wenn sie den Zug versäumt hätten und nach Auschwitz gekommen wären. Das soll man auch sehen, damit man es sich nicht so einfach macht. Da ist die böse SS in einem fernen Winkel in Polen, was die gemacht haben und dann ist eine große Wand und da gibt es Leute, die gar nichts zu tun haben damit und nie etwas zu tun gehabt hätten. So einfach ist es nicht. Wenn es so einfach wäre, müsste man sich heute nicht mehr mit Auschwitz auseinandersetzen, mit der Frage auseinandersetzen, wieso das möglich war. Können Sie mal so eine Art Kategorisierung von Tätertypen vornehmen, wie Sie damals in Auschwitz gang und gäbe waren? Sie haben sich ja da sicher Ihr Urteil gebildet oder Ihre Erfahrungen gesammelt. Was waren das für einzelne Typen? Ich hatte am meisten zu tun und hatte am meisten Beobachtungsmöglichkeit bei SS-Ärzten, weil ich eben beim SS-Standardarzt Häftlingsschreiber war. Ich kannte die SS-Ärzte nahezu alle, die zu der Zeit dort waren, mehr oder weniger gut. Und da gab es, also wenn man Typen einteilt, jede Typen-Einteilung hat, ist problematisch. Problematisch. Aber es gab solche, die, wir nannten das bei uns in unserem Jargon, Fleißaufgaben machten. Mehr machten, als man von ihnen verlangte. Es gab solche und es gab einige, die haben wir beobachtet, wenn sie zum Beispiel zur Selektion eingeteilt waren, da gab es einen Turnusdienst, Selektion hieß, aussuchen derer, die man für die Gaskammern braucht. Da gab es solche, die sich besoffen haben. Und es gab einzelne, und im Jahr 1944 war die Zahl größer als im Jahr 1942, die da und dort versucht haben, vielleicht das eine oder andere abzuschwächen. Wobei es die Möglichkeit dadurch gab, dass es in der Zentrale zwei Stellen gab, die unterschiedliche Befehle manchmal gaben. Das Reichssicherheitshauptamt, also dort, wo Eichmann das große Wort führte, das war alle vernichten, und zwar die gefährlichsten, am wichtigsten. Und es gab das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, wo Pol, der leitende SS-Führer war, die sorgten möglichst viel Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie. Und die mussten, die Zahl derer musste gemeldet werden, und die sollte immer höher werden, trotz der großen Sterblichkeit. Dadurch gab es eine Möglichkeit für einen SS-Arzt, zum Beispiel. Die einen bekamen diese Befehle, die anderen gaben diese Befehle. Da gab es die Möglichkeit, sich auf einen Befehl zu berufen, wenn man etwas abschwächte. Und diese Möglichkeit haben manche einzelne SS-Ärzte und vor allem der Standortarzt versucht auszunützen. Im positiven Sinn für uns. Man kann also nicht sagen, Auschwitz war jetzt eine reine Verbrecherbande. Nein. Also überhaupt. Wir reden also jetzt von der SS. Die SS, jede Pauschalierung, jedes Pauschalurteil ist ungerecht, auch ein Pauschalurteil über die SS ist ungerecht. Da gab es Verschiedenes. Und auch zu verschiedenen Zeiten Verschiedenes. Der Krieg, die Entwicklung des Krieges hatte seinen Einfluss auch auf die Einstellung vieler SS-Führer und auch der Mannschaft natürlich. Es gab zum Schluss, also in der letzten Phase, SS-Angehörige, die wir nannten, sich eine Rückfahrkarte zu kaufen versucht haben. Das heißt, als sie sich orientiert haben, vielleicht finde ich einen, der vielleicht einmal was zu reden hat und dem mache ich jetzt Gefälligkeiten und berufe mich dann, bitte, bitte, helfen Sie mir. Das gab es. Es gab es andere auch. Es gab SSler, die in der schon aussichtslosen Zeit für die Nazi besonders brutal waren. Vielleicht aus dem Gefühl, rausschwindeln kann ich mich noch, kann ich mich nicht, aber solange ich noch etwas machen kann, da nütze ich meine Macht aus. Vielleicht aus dem Gefühl. Das gab es auch. Es gab also sehr unterschiedliche Reaktionen und es gab dadurch für uns die wir versuchten positive Stellen oder Schwächen, wie Sie es nennen wollen, der SS auszunützen zugunsten der Gefangenen, Möglichkeiten da und dort etwas zu erreichen, da und dort etwas zu verstärken, da und dort auch Hoffnung auf eine Rückfahrkarte zu machen, wenn ich das Wort wieder gebrauchen habe. Führerbefehl, wir folgen dir, kann nach Auschwitz führen. Führerbewusstsein darf man nicht akzeptieren. Blinde Unterordnung unter Führern darf man nicht als Sein Tendenz sehen. Der Mensch muss Verantwortung tragen für das, was er macht, auch in kritischen Situationen. das ist etwas, was auch für heute gilt. Musik